oh hier ist das habe ich nicht übersehen ich hoffe dass es Aluminium ist TIN TIN ist was anderes aber ist jetzt egal hier so denn Aluminium bräuchte ich mal wieder zum schmelzen denn der Paddy hat mir das so einiges gezeigt als Kupfer ob ich das jetzt brauche weiß ich nicht ich nehme es einfach mal mit Gold nehme ich auch mal mit jetzt weiter mit Gold und was ich mir auch gesagt hat dass wenn ich hier diese RZ schmelze in diesem ich nenne es jetzt einfach mal Hochofen ja dann bekomme ich mehr Ingils raus auch lustig so hier wird ja nichts mehr kommen wahrscheinlich nö ok ähm dann werde ich weiß ich ob ich anfangen soll mit dem Bau nö nö ich hab ne Spinne nö 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 Quantum und was kann ich mit dir machen? Ok, wie viel ist denn hier? Was kann ich mit dir machen? Räuch ich das für irgendwas? Secret door? Ach du! Ok Petty hat noch irgendwas gesagt mit dem Secret door? Aber ich glaube die werde ich nicht machen denn wir haben ja kein Geheimversteck oder sowas Aber cool aussehen tut sie schon Muss ich sagen Ich war bei Petty dem Letcher auf dem Server Hatte mir gezeigt Ok, ist auch schon ein bisschen länger her Aber ich fand Ok, what the fuck ist das? Wuh! Die sind weg! Das ist wieder so verschwindende Blumen Kohle Ich hoffe das leckt jetzt Ne, lecken tut es nicht Weil ich habe jetzt Dreimal Minecraft offen Einmal Hexed und zweimal das andere Minecraft Fragt mich nicht warum Ah, hier war ich doch vorhin Ne, halt Von hier komme ich Ähm Fragt mich nicht warum Lasst's lieber Weil ich weiß es selber nicht Ja Ach, schlapp ist Oh, hier diese Wuh! So Habe ich Stichmaschinen? Wuh! Da bin ich gerade weg von der Tastatur Von der Tastatur Und dann fliegt mich schon Zombien gehen So Kohle noch ein bisschen Oh, äh, sie frauen, was ist denn das da? Ein Meteor! Oh, hier unten unter der Erde Bitte was? Komm mal rum Oh, da ist noch was von dem Quantium Zeugs Nämlich hier Zombies Ohne Ende Ohne Ende Ohne Ende Brauche ich mal nicht Da hinten ist jetzt noch Hallo, fliegst du mal bitte ab Hallo, fliegst du mal bitte ab? Okay, irgendwas stirbt hier gerade Ich glaube, so wie ich es eigentlich halt eine Spinne Hey, yo, geh mal weg Hol' ich mir den da auch noch So Das andere interessiert uns nicht Ich höre doch schon Ich höre doch schon wieder ein Zombie Das gibt's ja nicht Da ist er Da ist er Boah, Gott, Gott, Gott Ich hab kein Holz dabei, gell? Nicht gut Oha Wasser Bin ich da gerade mit dem Busch gelaufen Am Schatten bekommen Ja, ich hab ne Ja Wurde gerade sein, dass du mit einem Schuss nicht stirbst Hallo Wow, 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 wow Woah, wow, 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 wow. what? Alter. What the shit. Einfach nur. Alter. Fick dich. Ehrlich gesagt, weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, wo's rausgeht. Aber wir sammeln hier jetzt weiter einfach mal Rohstoffe, weil hab ich nicht irgendwann mal gesagt, dass wir dann eine Rohstofftour machen müssen? Die machen wir halt jetzt. Okay, hier geht's nicht weiter. Da ist noch Eisen. Sorry, wenn das jetzt ein wenig dunkel für euch ist. Für mich ist es auch ein wenig dunkel. Aber ich hab halt nur noch drei Fackeln. Das ist halt das Problem. Alter, Zombie. Scheiß jetzt. So. Ich muss sagen, mit dem Bogen kann man echt viel machen. So. Hier ist ein Spawner. 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 Bane off Arteapros. Was ist da? Ach so'n Scheiss. Da wollt ich schon wieder. ich bin gebraucht auch kein schwanz hat da auch nicht da da auch nicht nun einfach mal das mit schokopädia auf keinen fall ich will eigentlich noch direkt und dumm im haus das ist das heißen das heißen legen lassen so jetzt mal gucken ob ich zurück finde das war schon mal falsch